Ich bin hier am Gewerkschaftshaus, wo am 2. Mai das furchtbare Massaker stattfand. Über 56 Menschen sind gestorben. Hier steht eine Tafel mit den Namen der Opfern von mindestens 56 Toten. Ich bin heute hier mit den Angehörigen der Opfern. Das sind überwiegend Mütter. Sie haben Fotos mitgebracht von Ihren Söhnen, die hier in dem Haus totgeschlagen wurden, verbrannt wurden am 2. Mai diesen Jahres. Und alle erzählen übereinstimmend, dass es keine Untersuchung gegeben hat, keine ernstzunehmende Untersuchung dieser furchtbaren Massaker. Für mich ist es sehr, sehr schwierig, hier die Fassung zu wahren, weil es sehr, sehr emotional ist. Sie erzählen alle, Ihr Sohn hat ein normales Leben geführt, war ein guter Mensch und ist am 2. Mai hier auf die Demonstration gegangen, um, wie Sie meinen, die Odessa zu verteidigen vor Faschisten des rechten Sektors aus Kiew und von woanders. Und bis heute, wie gesagt, gibt es keine richtige Untersuchung. Und maybe Irina, Irina is one of the persons, you can tell English some words about the situation here, about what the questions went on 2nd of May. Okay, you can see here relatives or persons, which died by 2nd of May, whose sons were killed, whose sons were burnt alive, aber keine richtige Untersuchung ist vorhanden. Niemand, es scheint, niemand will wissen die Wahrheit. Niemand will wissen die Wahrheit. Niemand will hide die Ends, wie wir sagen. Aber wenn sie uns zum Beispiel, wie wir uns die Diener der Bähne waren. Ja, es ist sehr schwer, sie zu heißen, dass sie pro-Russen Bandits, aber sie sind nur die Bürgerinnen der Odessa. Sie waren nicht separatste, sie waren nur normalen Leute. Sie sind eine sehr zivilisierte Nation. Wenn es möglich, können Sie uns helfen, die Eltern mit ihnen zu beschäftigen. Wer nicht möchte войnen. Aber dass sie hier die Odessitinnen, Kinder, Brüder, Kinder... Das ist eine riesige Geschichte. Hier ist es einfach... Wenn wir in unserer Lande, wenn wir faszinierst werden, dann wird es einfach die Welt der Welt. Ich will nicht, ich will nur, dass andere Menschen sterben. Es ist nicht so, dass sie in der Türen sitzen. Es ist nicht so, dass sie in der Türen sitzen. Wir haben hier ein Gönnchereski-Advokat, der sich in den Fremden geführt hat. Wir haben ihn verabschiedet. Mekola, der sich in den Fremden geführt hat. Alles in den Fremden gibt es. Wir haben keinen Arrestiert. Wir haben keinen Arrestiert. Wir haben einen Arrestiert. Wir haben einen Arrestiert. Wir haben einen Arrestiert. Wir haben einen Arrestiert. Ich verstehe, dass ich nicht in die Politik verabschiede bin. Aber ich habe nicht gedacht, dass es so möglich. Ich sage Ihnen einmal etwas. Wir helfen uns. Wir haben uns. Wir haben uns ein Kind. Er bringt es euch in Fremden! Wir haben nicht mehr lesen. Ich hoffe, dass ihr uns helfen könnt. Wir sind nicht auf sich. Wir sind keine Separatist. Wir lieben unsere Lande. Wir sind in Schleymang los. um die Ukraine zu schützen. Wer in diesem Fall interessiert? Ich werde nicht sagen. Ich sage Ihnen, dass wir uns zufrieden. Wir haben meinen сыng, der in den eigenen Wohnungen gefeiert hat, er hat ihn geholfen, er hat ihn geholfen, er hat ihn geholfen, er hat ihn geholfen. Und wie er hier kommt? Er hat ihn geholfen. Wir haben uns nicht gesehen, was hier passiert. Aber jetzt, wie passiert? Wenn wir uns nicht sagen, Menschen starten sich vor der Krieg, vor dem, was passiert. Hier kommen представители правого сектора oder provocatoren. Ich bin nicht umgekehrt in das Thema. Sie verabschieden die Stadt. Sie haben einen älteren Akt. Und so. Und信 mir, dass wir wollen, dass wir die Welt brauchen. Wir brauchen diese Krieg. Es ist gefährlich. Die Menschen sterben. Und nicht denken, dass die Europäer nicht geschehen. Es gibt noch jemanden, wo man sich noch etwas beschäftigt hat. Ich bin kein Politiker, aber das ist meine Meinung. Dort, wo es Amerika beschäftigt, wo es alles ist. Es ist alles, es ist alles, es ist alles, es ist alles. Ich habe niemanden gebeten. Ich spreche einfach meine Meinung. Ich verstehe, dass die deutschen Tivilisten sind. Und deswegen haben Sie eine große Herausforderung. Wenn Sie das helfen können, Und wir können uns nicht mehr helfen. Und wir können uns nicht mehr helfen. Aber wir müssen uns nicht mehr sagen. Vielen Dank. Warum nicht sagen wir, wie wir unsere Kinder haben, was wir nicht verletzten? Sie schreiben, dass sie nicht verletzten, dass sie nicht verletzten. Wie ist das nicht verletzten? Jetzt ist es so, dass es alles weiß. Es war ein Schmiedes оружie. Woher es wurde, wie es wurde und wie es wurde verletzten. Und auf unseren Kindern. Bitte, helfe uns. Wir müssen uns das alles überlegen. Und es wäre vielleicht leichter, wenn wir hier an der Stolpe verbinden. Wenn man kann, ich sage auch, dass die Leute, die Arresten, Die Leute, die hier waren und verbringten das Gebäude, dann kommt die Euromaydan oder Automaydan. Die Leute, die hier waren und verbringten das Gebäude. Die Leute, die hier waren und verbringten das Gebäude. Die Leute, die hier sind und die Leute, die diese Leute verbringten. Das habe ich nicht gedacht. Das sind reale Fakten.